Tag 136 auf unserer Fahrradweltreise und wir treffen Rita. Bei minus 4 Grad brechen wir auf Gönsüden. Aufgrund der Kälte habe ich heute meine Ganzkörper-Thermo-Unterwäsche angezogen. Großer Fehler. Sehr unangenehm zu tragen, wenn es nicht atmungsantiv ist. Direkt nach ein paar Kilometern wieder ausgezogen und mit normaler Merino-Kleidung weitergefahren. Viel, viel besser. Heute geht's mal wieder für 20 Kilometer durch Ungarn durch. Was macht Marie hier eigentlich vor dem Grenzschild? Der Radwegeisener Vorhang ist verdammt sauber und gut asphaltiert. Hier zu fahren hat echt Spaß gemacht, auch wenn es sehr, sehr kalt ist. Sogar die Mittagspause haben wir in voller Montur und mit Handschuhen gemacht. Glücklicherweise haben wir heißen Tee dabei. Glücklich fahren wir in den Sonnenuntergang rein. Denn heute Abend werden wir von unserem Warm Showers Host Rita erwartet. Sie ist selbst mit dem Fahrrad bis nach Myanmar geradelt. Wir können es kaum erwarten, sie zu treffen.